Du bist nun ganz frei und zugänglich für eine Änderung Deiner Schlafgewohnheiten, für eine innere Umstellung auf einen natürlichen Schlafrhythmus, denn Dein Körper kennt diesen Rhythmus. Dein Atem fließt ganz ruhig und Deine Muskeln sind entspannt und Du erlaubst Deiner Fantasie nun eine erholsame Reise an die See. Ganz von allein gleitest Du mit jedem Ausatmen immer tiefer in eine angenehme Ruhe.